Ich habe Überrest D. Erstmal. Bitte nicht. Oh nein. Sieht aus wie wir für eine schwierige Zeit sind. Ja, den machen wir jetzt nicht. Es muss doch noch einen anderen Weg geben, wo wir hin müssen. Für den bin ich zu schlecht ausgerüstet jetzt. Es ist gefährlich, zu viel Aufmerksamkeit zu Ihren Fuß. Was? Okay. Das ist eine Falle, oder? So wie alles in diesem Spiel. Aha! Nice! Oh, ich werde immer besser. So, da drüben ist noch so ein Jägerüberrest. Das wird aber gerne unseren Kameraden irgendwie vorschicken. Ach ne. Der schon wieder. Nein! Nein! Boah! Alter! Der hat jetzt einfach mein Leben gerettet, ne? Ich glaube das hat funktioniert. Ich glaube das hat funktioniert. Dankeschön. Prometheus über Rest C. Aha! Aha! Aha, aha! Guck mal wer da hängt! Kann man, ne? Kann man da vielleicht? Ja, Abendrot-Bajonett. Nein, kann man nicht. Nein, kann man nicht. Nein, kann man nicht. Ihr habt ihr. das ist anders als das andere wesentlich weiter aber mir gefällt die waffe besser hier waren wir schon mal ja stimmt ich werde immer besser aber jetzt mal ehrlich gesagt wo muss ich hin was ich wirklich dann dann an der fetten vorbei schaffe ich nie ich mit der ausrüstung so mit mein skillset er wird schon werden falsch 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 Don't run too far ahead Man findet die die Fragmente Bring it any time Verdammt Da hinten ist halt was rotes So mein Hübscher Jetzt wird's haarig Meine Damen Wenn die einfach vorbeilaufen Komm Meine Damen und Herren Ach das will ich haben Ein Kampf nicht möglich Okay Da muss man mir ja nur sagen Noch keiner ey Wie soll man denn das machen Wie soll man denn das machen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, da ist eine Mistel Mistel Ach, das kann man auch nicht mit jeder Waffe machen, ja? Er hüpft einfach runter Ich möchte es über das D Ach, das ist eine Mistelung des ZDF für funk, 2017 Ha! Da ist eine dicke Mami Und da Sieht schlimmer aus Eine große Blume Wird wahrscheinlich ein Boss sein Komm mal, Backstep! Was ist los? Das ist ein realer Gem Kometor ist Überrest B Jetzt gehen wir uns nochmal schnell heilen Und dann gucken wir uns die Blüte da drüben an Feuersturm Feuersturm Kann ich das jetzt verwalten? Aha! 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 Ja, ist ein hübscher Feuerball, ne? Kommt eine nach der anderen. Ja, das ist ein hübscher. Ja, das ist ein hübscher. Na ja, lass mal gelten, komm So Was haben wir hier, Hübsches? Okay Hier wird ein Mistel Kokon für was? Alter Let's go of me! We lost the race Well, strength succeeds where speed fails Wait, this place is... Hurry it up, damn wretch Without your blood, we'll all suffer Or, why didn't you think about that when you ran off? Take him somewhere safe You owe me for this Quick, 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 quick Okay Hadouken Ja Ja Ich will da auch was machen Der Kupel ist jetzt vergiftet, ne? Au Ha Ne, nur zwei Schläge Zwei Schläge Ja, was soll ich machen? Nein 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 Dankeschön Nützt nix Wir müssen schlagen Wir müssen sie schlagen Okay Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Where did you take her we're taking custody of the girl That human belongs to us we will take her back Humans aren't property they have the same right to live that any of us do Don't give me that noble act they have no rights And why shouldn't we feed on them we're the ones keeping them safe after all Why were we kicked out of our graves who did we die for again and again at the queen's hand We writhe with this terrible thirst we live in fear of joining the ranks of the lost and for whose sake It's all in the service of humans If blood is the only price they have to pay then they have a pretty good deal That doesn't mean you can just do whatever you want with them And what about the rights of revenants huh? It's not like we're choosing to live this way because it's such a barrel of laughs That should be enough to get you through a month or so Whoa whoa hold on a minute just make sure that you and I never cross paths again This is your one and only warning No way the crimson sword I guess we'll be rationing for a while Ah well What is lost can be found again huh? I swear I'll end it The revenants suffering must end Aha, we've got something to learn That blood-roted sword That blood-roted sword And there was something from the master das, ne? Baum, dunkel. Aha. Klingentanz. Ja, ja. Ach nee. Leveln wollte ich noch, ne? Das ist alles, was man kriegt hier. Nicht irgendeine epische Belohnung oder so. Ah, ein Bäumchen. Was ein Traum. Okay. Wir können den Fluch des Blutbeads von hier. Ein Moment. Gib mir einen Moment, um es zu Ende. Dann können wir rausgehen. Unsere destination ist hier. Das sollte uns da. Wir sind bereit? Okay, dann. Ich weiß, dass du da bist. Was bist du? Bleib zurück! Ich bin derjenige, der entscheidet, wie ich lebe. Ich werde nicht mehr hören. Das ist gut. Juste legen die Knife. Ich bin der Angst und schuldig. Tag nach Tag, mein Blut zuvor von jedem Revenant. Ich bin kein Tier. Du bist richtig. Und wir können dir helfen. Ich weiß jemanden, der kann dich in einer der Regenung für Menschen holen. Wenn du fragen, dann wird dich in und du kannst in Sicherheit leben. Was? Du musst nicht mehr spenden deine Tage leben, in der Angst vor der Regenung. Obwohl, du solltest du dir das Blut geben. Es ist... Es ist ein Trick. Du glaubst, dass ich das wirklich nicht fahre? Alles, was du wissen musst, ist auf dem Papier. Du bist derjenige, der entscheidet, wie du leben. Aber warum? Ich denke, das Zeit für die Verkaufungen ist vorbei. Das ist alles. Alles klar. Wir müssen schnell gehen. Ja, doch ein netter Typ. Gib mir dein Blut. Du hast meine Frisur gestohlen. Das mag ich nicht. Ja, praktisch, dass hier so ein Lift ist. Ah, tschüss. Ah ja. Physik. So funktioniert Physik. So funktioniert Physik. So. Wo kommst du denn her? Wie? Muss ich jetzt dem gelben Zeug folgen, oder wie? Oder ist das hier einfach die Beleuchtung? Wie ist alles klar? Wie ist alles klar? Wie ist alles klar? Wie ist alles klar? Das Ort hat komplett verändert. Ja. Es scheint, dass alles verändert hat. Seit der großen Verkaufung. Das Einige, das hat sich immer noch ist, ist unsere Ausgabe. Komm schon. Komm schon. Wir werden nicht finden, die Stärke zu verabschieden. Es ist meine Schuld. Du sagst etwas, Louis? Nein. Warum nicht ich... Ist das... Ist das wirklich meine... Woh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020